Hallo und herzlich willkommen zum Yoga. Ich bin Johanna und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist oder vielleicht das erste Mal dabei bist. Ich habe heute eine kleine Sequenz für euch mitgebracht, die kannst du auch im Sitzen machen. Zum Beispiel am Schreibtisch, wenn die Mittagspause ein bisschen kürzer ausfällt und du nicht auf die Matte gehen kannst, kannst du das super gut auf deinem Schreibtischstuhl machen. Du brauchst also auch kein Hilfsmittel, du kannst das von überall machen und ich wünsche dir viel Spaß und hoffe, du fühlst dich danach ein bisschen aufrechter, ein bisschen frischer, ein bisschen wacher. Bis gleich. Komm in eine aufrechte Sitzposition, wenn du da nicht sowieso schon bist und schließe zunächst einmal deine Augen. Lass deine Schultern von den Ohren wegsinken und nimm ein paar ganz bewusste, tiefe Atemzüge. Roll die Schultern mal über oben nach hinten und unten. Mach das gerne ein paar Mal, ganz, ganz langsam. Und wechsel auch mal die Richtung, zieh die Schultern weit nach vorne und unten und über hinten wieder nach oben. Zwei, drei Mal. Um dir hier schon so ein bisschen mehr Platz im Nacken zu schaffen. Und dann heb die Arme weit nach oben, nimm gerne deinen Blick mit nach oben und dehne dich einmal auf die linke Seite. Komm dann zur Mitte, greife um und dehne dich einmal nach rechts. Komm nochmal zur Mitte, atme ein. Und dann greife die gegenüberliegenden Ellbogen und dehne dich so nochmal nach rechts und über die Mitte einmal nach links. Komm zur Mitte zurück, leg die Hände an deinen Hinterkopf, die kannst du hier schön verschränken. Öffne deine Ellbogen und im Ausatmen zieh die Ellbogen nach vorne zusammen, mach den Rücken ganz rund. Einatmen, öffne. Ausatmen, zusammenziehen. Und nochmal so in die Öffnung, streck dich lang nach oben. Und dann zieh dich zusammen, Ellbogen Richtung Bauchnabel. Bleib hier für einen Moment. Lass die Hände in den Kopf sinken. Und dann löse das langsam auf. Verschränk die Hände hinter deinem Rücken. Streck die Arme lang durch. Und dann leg die Faust in deine linke Taille. Leg den Kopf hier zuerst einmal auf die rechte Seite. Atme hier tief durch. Und von hier aus dann einmal so einen Kreis nach vorne, so einen Halbkreis. Und dann dreh den Kopf hin zu deiner linken Schulter. Und hier bleibst du für einen Moment. Beide Schultern bleiben tief. Und du spürst die Dehnung in der rechten Seite vom Hals, im Nacken. Und dann wechseln wir an dieser Stelle die Seite. Die Faust kommt einmal in die rechte Taille und den Kopf drehst du einmal nach rechts. Bevor du dann diesen Bogen, diesen Halbkreis nimmst, den Kopf nach vorne und dann auf die linke Seite sinken lässt. Hier kannst du minimale kleine Bewegungen machen mit dem Kopf, mit der Position des Kopfes. Und dann löse das langsam auf. Streck dich nochmal mit den Armen weit nach oben. Und dann twiste einmal zur linken Seite in der Ausatmung. Nochmal zur Mitte kommen. Einmal zur rechten Seite twisten. Und dann komm zur Mitte zurück. Streck dich. Zieh die Hände vor dein Herz. Und bring mal Zeigefinger und Mittelfinger rechts und links zu deinen Schläfen. Massiere dich hier ganz angenehm. Nur so viel Druck, wie es für dich passend ist. Vielleicht magst du an einer Stelle einfach mal diese Punkte gedrückt halten und hier kurz bleiben. Und dann leg mal die Zeigefinger so an den Ansatz deiner Nasenwurzel und lass den Kopf so ein bisschen dort hinein sinken. Tut ganz gut, auch mal wenn man gestresst ist oder vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen hat. Und lass die Hände auf den Schoß sinken. Bleibe mit geschlossenen Augen. Vielleicht ziehst du die Mundwinkel mal ein bisschen nach oben. Und dann atme es nochmal tief ein und entspannt aus. Nochmal tief ein und aus. Namaste. So, ich hoffe du fühlst dich erfrischt und rundum wohl und kannst in die nächste Arbeitsstunde starten. Oder vielleicht hast du auch schon Feierabend. Das ist auch schön. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Und lass uns gerne einen Kommentar da, wenn du Wünsche oder Anmerkungen hast. Wir freuen uns über eure Kommentare. Bis bald. Tschüss.